So, bereit. Soll ich starten? Ja. Okay. Na dann, willkommen zu einer Runde Goldfit. Mit Mordiff, mit Zwergi, mit Prof. Yay, leuchten funktioniert. Na toll. Wie macht man das eigentlich? L. Oh, ich kann auch leuchten. Ich bin der braune Ball. Mordiff ist der weiße Ball. Ja, überwiegend, weil ich keine Ahnung habe, wie man irgendwas anpasst. Ein Prof ist auch ein weißer Ball, oder was? Warte mal, Options. Kann ich das hier? Oh, Customization. Ich bin der braune Ball mit dem Kaffeebächer oben drauf. Ja, braun passt zu dir. Habe ich Hüte? Nein. Trails. Forge Trails. Aber nicht politisch. Doch, natürlich, wie denn sonst? Nein. Du weißt doch, wie nix ich bin. Ach, verdammt. Ich gehe im See baden. Okay, ich glaube, die Standardmaps zu wählen, war doch nicht die schlechte Idee. Wieso? Weil ich gerade merke, wie absolut scheiße ich darin bin. Ich bin übers Loch ausgebauzt. Oh, Mordi, ich sehe dir zu. Ja, schön. Da willst du nicht viel zu sehen kriegen. Wenn ich schon drinnen bin, dann sehe ich dem anderen beim Spielen zu. Das ist hier mal so. Hat sich meine Farbe schon geändert bei euch? Ja, du bist jetzt neon-grün-neuchtend. Ja. Perfekt. Wie genau stellt man es um? Äh, Optionen, Optionen. Ah, okay. Warte, wo müssen wir hier hin? Ah, da. Gibt es mehrere Wege. Ah, da kommen wir noch. Nein, ich wollte nur testen, ob Hüpfen wirklich übers Loch gesprungen. Ah! Mordi, hast du irgendwelche Richtlinien dann eingestellt, dass man nach so und so vielen Schlägen die Runde abbricht, oder? Ja. Habe ich. Wie viele Schläge darf man machen, um... Was? Ich habe auf 12 eingestellt. 12 Schläge. Ja. Oh Gott, ich komme gar nicht damit mit der Geschwindigkeit zurecht. Aha. Ich muss meine Maus langsamer drehen. Ich muss meine viel höher drehen. Ich sehe es. Du stehst immer noch am Startpunkt. Ja, das ist eine ordentliche Geschwindigkeit, ja. Damit komme ich zurecht. Welche Farbe hast du? Ist jetzt auch neon-grün? Nee, neon-blau. Oh. Oh, so können wir euch ja viel besser unterscheiden. Du bist aber zurück zum Start gerade. Ich weiß, weil ich verkackt habe. Ja, du kannst in die andere Richtung auch rüber. Oh. Ja. Ja, gut. Ist gut, dass wir auf der Standard-Map anfangen. Das ist... Ja, du bist gut. Absolut. Müssen wir erst mal das Skullfen lernen. Ich weiß, was ist in der Geschwindigkeit. Okay, dann haben wir jetzt mal die Super-Harte, die ich schon runtergeladen habe. Der Modi hat noch ein paar Anfänger-Probleme. Minimal. Ja, jetzt bist du auch mal drin. Acht Schläge, wow. Ist das Loch 4 oder wie? Wo sind wir jetzt schon? Warte mal, kann ich hier... Verdammt. Ja! Nein! Du verlierst Geld. Ich weiß, habe ich als... Äh... Loch 4 war tatsächlich schon. Trade eingestellt. Hast du den schon gekauft, oder was? Ne, da gibt es einen Haufen Default-Trade. Ach echt? Die habe ich gar nicht gesehen. Muss mal auf diesen Ordner, den man da sieht, drücken. Dann kann man die einstellen. Oh Gott, das ist das für ein Mist. Okay. Ja stimmt, Default. Ich bin zufrieden mit meinem braunen Kaffeebecher. Okay und... Na gut, ich habe keinen Hut. Ah, okay, so. Ach, verdammt. Äh, was passt denn? Das war zu schwach. Das hier finde ich ganz cool. Ich roll wieder zurück. Hats. Nein, 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 nein. Kann man die hier während des Spielens einstellen? Ja, kann man. Oh Gott, ich habe irgendwas gemacht. Ach, verdammt. Ich komme da nicht hoch. Ach, verdammt, ich war auf der anderen Map. Wieso rollt der Scheiß immer wieder zurück? Okay, gut genug. Äh, wo muss ich hin? Nach oben. Nach oben. Nach oben, Mr. Radius, nach oben. Ich bin raus. Ich habe schon zu viele Bälle verbraucht. Okay, bei mir hat es den Trade anscheinend nicht genommen oder ich habe zu langsam geschlagen. Optionen. Mausgeschwindigkeit, Schlägergeschwindigkeit. Alternatives Schießen. Äh, wo kann ich jetzt hier meinen... Options... Ball... äh... Ball Customization. Ball anpassen. Da ist einfach der... Einfach der Ball zu sehen und da drauf drücken. Dann kannst du ihn einstellen. Aber ich habe keine Trails. Äh, unter Trails kannst du auf die Forge Trails drücken. Ah, ja, cool. Kannst du welche aussuchen. Aha. Uh, Pizza nehme ich. Sehr schön. Wir entdecken das Spiel ja noch. Oh Gott, was mache ich denn für Scheiße? Super. Super. Ich hätte es eh nicht mehr geschafft. Ah, es steht am Start wieder. Als hätte ich mich nie bewegt. Aber erungen schon. Noch 6 Uhr habe ich noch 5. Okay. Habe ich noch 5 verpasst. Ja, das ist eine Mausgeschwindigkeit, mit der ich zurechtkomme. Jut. Yay. Ich habe Glitzer Sternstaub dran. Oh, meine Feuerwerks, Ausgaben, Gedöns. Ah. Wuhu. Danke. Perfekt. Wow. Danke, Modi. Jetzt ist mein Ball vollkommen. Immer wieder gern. Mit Sternen und mit Kaffee obendrauf. Yay. Ach, kacke. Ich kriege es jetzt hier ins Loch nicht rein. Danke, Modi. Ja. Ich dachte, ich treffe. Mann. Ach, verdammt. Ich bin etwas irritiert, dass ich so gut bin. Ich glaube, ich habe dich reingeschlagen, da oben in der Ecke. Ja, trotzdem. Na, Modi. Ah, ich bin bei 22 Schlägen. Du bei 29 Schlägen. Ach, komm, das war schon drin. Ich bin der Schlechteste. Was? Ich bin der Schlechteste. Du bist aktuell bei 43 Schlägen. Wen wundert's? Wie habe ich 40 geschafft? Ich habe eigentlich mal alle an die Schlägen genommen, ey. Ich habe es nicht reingeschafft. Oh Gott, die Map. Tschakka, tschakka, tschakka. Oh, fuck. Mein Platz für die Maus ist einfach nicht ausreichend, um die gute Geschwindigkeit zu kriegen. Ich habe einen Holden-Mon. Ah. Ja. Okay. Na, mein Platz liegt schon mal nicht. Ich habe... Nice. Mein erster Holden-Mon. Ich bin raus. Also nicht mein erster Holden-Mon. Sonst hätte ich eine Errungenschaft freigeschaltet, aber... Mein erster Holden-Mon in diesem... In dieser Aufnahme. In dieser Aufnahme. Ich habe es tatsächlich schon ein bisschen geübt. Ja, du bist derjenige, der immer... Zwergi hat geübt. Zwergi hat geübt. Ja. Man muss ja zumindest mal die Spielstellung fest... Fest kennen. Fest kennen. Ja. Kann heute nicht reden. What? Die Moderation des Livestreams vorhin musst du auch schon Mon übernehmen. Was? Ich habe nicht zugehört. Ich habe wieder umgestellt. Was? Ich habe gesagt, dass du die Livestream-Modin und Moderation auch schon übernehmen musstest. Ja, weil dein Redekunst-Talent plötzlich auf Null gesunken ist. Ja. Scheiße. Hey, die Bahn kenne ich. Da muss ich nicht hin. Warte, wenn ich so rum, so fliege und so rum... Dann fliege ich zu weit. Ah, danke für diese Information. Die Sterne sind ein bisschen nervig. Ein klatschen bisschen. Aber gut. Ah, ja. Okay, ich habe meine Geschwindigkeit gefunden. Ja, damit komme ich gut zurecht. Na gut, ich habe vier Einstellungen bei der Maus. Das reicht. Ja, ich muss alles ingemacht stellen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Danke. Wow. Ich habe eine Maus für wahrscheinlich fünf Euro. Ich wollte mal sagen, wir sind jetzt bei Loch Nummer neun und Moni hat jetzt endlich seine Kalibrierung getroffen. Halleluja. Ich habe es jetzt... Moni hat jetzt endlich mal seine Einstellung getroffen. Ich werde sie wahrscheinlich noch dreimal umstellen müssen, aber... Es hat funktioniert. Du hast abgehört. Ich habe über die Wand gehüpft. Okay, cool. Ich wollte dich von hier aus abkürzen, so wie geplant. Oh, das war zu schnell. Igel. Hey. Danke. Danke. Wer von uns hat sich noch zehnmal über den Amerikaner beschwertet? Ecke. Kann ich auch erzählen jetzt hier im Part. Ich habe als Geüte schon mal mit einem Amerikaner gespielt, zu zweit, in einer Map, online. Und der hat einfach Kollisionen angeschaltet und hat es dort richtig... Der war so ein richtiger Spielverderber. Der hat mich einfach... Wir haben zu zweit gespielt. Der hat mich einfach weggetickelt. Nämlich immer... Das war so ein kleines Kiddy, was irgendwie nicht damit zurechtkam, dass irgendjemand gewonnen hat. Ich war irgendwo mal in einem Loch als erster drin. Und dann hat er... Das war ein... Das ist ein Sack. Verdammt! Dann stehe ich einfach die Schläge hoch und dann geht das. Ey, ja, ja. Ich dümpel hier ein bisschen rum. Oh! Fast! Nice. Zu weit. Knapp daneben. Oh, ich bin auf dem Dach. Einen Moment. Nicht so zuvor, dann bin ich so gut. Wo laufe ich denn hier rum? Ja, ich verschwind hier. Was ist los, Modi? Ist klar, dass man dich sehen kann, oder? Jetzt verschwind hier. Oh Gott. Deine Mutti wieder eine Aufnahme. Ja, und ich muss jetzt den Part schneiden, weil ich natürlich mit Facecam aufnehme. Hehe. Tja, ich habe dir doch gesagt, nimm dich mit Facecam aus. Das hast du mir nicht gesagt und ich nehme immer mit Facecam auf, außer bei Skyward. Ich habe dir das gesagt, ich habe dir das vorhin geschrieben. Nimm nicht mit Facecam auf. Aber gut. Das geht schon. Auf mich hörst du ja nicht. Hey, ich lebe auf dich. Renn mit dir. Renn mit dir. Vielleicht brauchst du einfach mal ein Schild für die Tür. Achtung, Aufnahme, bitte. Wie warst du? Ja, trotzdem. Die hatte ich, so ein Schild hatte ich vorher, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, hatte ich so ein Schild an der Tür. Das hatte ich ein einziges Mal gemacht, als ich damals noch richtig mal YouTube gemacht hatte. In den alten Zeiten. Und jetzt, wenn ich bei meinen Eltern zu Gast bin, wenn ich mal bei denen zu Besuch bin und dort was aufnehmen, sage ich immer, wer reinkommt, ganz einfach, wer reinkommt in die Aufnahme, während ich aufnehme, der sagt, der sagt hallo und stellt sich vor und ist mit dabei. Seitdem ist Ruhe. Also da habe ich gesagt, ich unterbreche die Aufnahme nicht und ja, wer reinkommt, ist mit in der Aufnahme dabei. Du musst damit rechnen. Sag mal, Mordi, hast du irgendwie vor Zwerge einzuholen? Ja, natürlich. Ich lasse dich doch nicht an letzter Stelle. Sonst tippt er nie wieder mit uns auf. Aha. Oder muss ich an Uno erinnern? An Uno? Hm. Table Flip. Ah, scheiße, wie macht man das zurück? Das vom Mensch ärgere dich nicht. Das war zu schwach. Da muss ich vor lauter Schreck anfangen zu leuchten. Du bist zu schwach. Bist du zu schwach. Deine Mutter. Deine Stimme nicht. Deine Mutter. Verdammt. Ich würde deine Mutter sagen und einfach mal rein ins Loch. Das ist, das ist, ja, kann falsch verstanden werden. Wie steht's denn? Äh, 80. Und der Braune hatte gerade 88, also, wenn das ein Ressignal ist. Ja. Ist doch eine hübsche Farbe. Leider missbraucht von manchen Leuten. Ich bin schon drin. Ich will eine Stampfattacke für dieses Spiel. Scheiße, ich hab ja springen an. Jetzt hab ich ganz vergessen. Ach was. What the fuck? Hey, springen hat mir gerade den Arsch gerettet. Hm. Ich brauch keinen Spring, ich brauch eine Stampfattacke. Das wär mal geil. So, jetzt zeig uns mal deinen Skill. Wee. Super Skill. Da ist er ja. Ich könnte jetzt auf 14 Schläge gehen und würde immer noch an erster Stelle stehen. Das ist allerdings wahr. Tja. Der war etwas schwach. Na komm, na komm jetzt. Sind wir jetzt alle drinnen? Loch 13. Hm. Okay. Ich hoffe, ihr seid nicht abogläubig. Nee. Aber da bist du nicht abogläubig. springen. Ja. Springen. Funktioniert ja auch. Nice. Mit drei Schlägen rein. Das war ein Paar. Ich auch. Ein Paar. Ein Paar. Ihr seid ein Paar. Dann ist er gut. Nee, leider noch nicht. Okay, ich bin auf dem Discord raus. Oh, schön, wenn man den Ball nicht sieht und nicht mal sieht, dass man gerade schlägt. Ja, das hatte ich auch schon. Jut. Ist auch mal gut, dass man hier mal sowas spielen kann. Jetzt, wenn man während Corona-Zeit nicht rosthaft an der frischen Luft, dann kann man auch mal hier auf andere Art und Weise helfen. Machen wir ja so oft. Oh, jo. Der Abschau meiner Heimatstadt saß gerade fröhlich draußen. Ich war gerade einkaufen. Und alle zusammen und haben gesoffen. Also so wie immer. Ja. Aber wenn du halt dann schon siehst, wie die Mutter mit Kippe im Maul gerade das Kind im Kinderwagen zurechtmacht und den Qualm in den Kinderwagen reinpustet. Jo. Ja, da weiß man. Nice. Man, weißt du, diese Leute sind angekommen. Jo, mit zwei Schlägen. Angekommen? Das sind alles Deutsche. Reine Deutsche. Nein, ich meinte, die sind im Leben angekommen. Die kommen nirgendwo anders mehr hin. Aha. Höre ich dann einen echten Rassismus? Ja, natürlich. Sagt der Braune. Aha. Was machst du da, Prof? Ich glaube, er zählt auf das Bonus-Ziel. Das ist ein Bonus-Ziel? Ja, in dem Fass. Ich glaube, er zählt nicht auf das Bonus-Ziel. Das ist ein Bonus-Ziel. Dann würd du wohl nicht auf das Bonus-Ziel zielen. Ja, ich wär von dem Schnein abgeprallt. Böses Spiel. Jetzt Loch schneiden, Prof. Du bist gleich im nächsten Feld. Das Loch ist eigentlich da hinten. Jetzt fährt. Fertig, Prof. Mir wird langweilig. Pff. Pff. Wow. Ja, komm. Okay, so geht's auch. Nein, nicht zurück. Mit knapp 25 Punkten abschneiden. Ja, und ich bin vorm Ziel. Jo, ich bin hinterm Ziel. Schon wieder. Ich versuche, in die nächste Map reinzukommen. Birdie. Das wär's auch mal, wenn du ins nächste Spiel schon reinkommst, wenn du schon da drüben hin zu Nummer 17 reinfliegst. Das geht. Die Ziele gelten trotzdem als Ziel. Ja, es ist dem Spiel egal, in welches Ziel du reinfliegst. Aber du wirst nur zurückgeportet, wenn du auf einer Bahn landest, zu der du nicht gehörst und dort liegen bleibst. Ja, wenn du es in einem schaffst. Das ist jetzt blöd. Ja. Würde ich so unterschreiben, ja. Oh, er zeigt uns die Natur, wie schön. Jo, hübsch. Die blühende Natur. Vollkommen wahrhafter Rick. Ach, leck mich doch. Wieder am Anfang. Ach schon, ein Schlag. Das wird nichts mehr. Ja. Ne. Sehe ich auch so. Oh, hey, wir haben 12 Punkte Abstand. Jo. Ich sehe die Punktzahl gar nicht. Hole in one. Sehe ich dann am Ende. Hohle, ich bin ja hoch. Ja. Schesse. Was war nochmal? Ah, F war's. Oh. Hole in three. Es wird einfach nur links drüber geschwungen. Zack, drin. Wollte ich auch. Ich habe ein Hole in four. Wie schaffe ich das? Tja. Und Mordi legt dann auf Hole in 1000. Aha. Na komm. Wie konntest du das verkacken? Das war Absicht. Genau. Ähm. Warum? Los. Jetzt rein. Jetzt habe ich eh nicht mehr. Äh, ja. Na gut. Doch 18. Ich glaube, das müsste das letzte sein für diese Runde. Ja, und ich bin drin. Zwei. Ich nicht. Ach, verdammt. Ja, okay. Ich werde zumindest nicht mein letzter. Ist mir wurscht. Ui. Aggressives Blinken. Ja. Shit. Guter Versuch. Ja, ich leuchte jetzt auch. Wie sieht eigentlich das Leuchten bei Braun aus? Einfach nur Orange. Ja. Ja. RGB-Technisch ist Braun ja auch eigentlich meistens größtenteils nur Orange. Allerdings. Das ist wahr. Ich gehe ein bisschen baden. Äh. Plätschi, plätschi, plätschi. Du bist zu spät. Na, wo willst du hin, Bällchen? Nirgends wohin? Na, ich bin ins Wasser gefallen, auf den anderen Steg gesprungen und weit weggerollt. Ich habe meine zwölfsteige Verbraucherz. Ich habe nur, wie du auf einem anderen Steg gelandet bist. Wie kann man die Ansichten wechseln? Klicken. Äh, bei mir nicht. Da gibt es keine Ansicht zu wechseln. Da gibt es keine Ansicht. Ach so, klar. Wenn alle im Ziel sind. Ja. Oder nicht. Gibt es ein Bein. Ich bin ja nicht im Ziel. Ich habe meine zwölf Stege verbraucht. Ja. Ich jetzt auch. Wow, super. Damit bin ich offiziell Zweiter von drei. Nice. Da haben wir die Ergebnisse. Errungenschaft freigeschaltet. Winner. Ich bin Erster von hinten. Gut, äh, was wollen wir jetzt für ein Level? Wollen wir... Da gab es das zweite Normale oder wollen wir mal mit dem sehr seltsamen Zeug anfangen? Also bei den Standards... Du wirst es dann so oder so neu einladen. Ich habe nämlich... Dieser Excel-Button war mir nicht bewusst, dass der mich komplett aus dem Spiel entfernt. Pardonne euch! Na gut. Musik